Willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC 10 in Spanien und in der Karriere. Teil 2. Es wird ein Hit. Wären wir noch besser als Top 8? Ich glaube ja. Und es ist Nacht und es ist trocken. Es ist Nacht. Nur Nacht. Das könnte gut werden. Und rutschig, weil, naja, wie gesagt, das Trocken zieht zurück. Also ich glaube, wir können diesmal gute Reifen holen. Für die Front. Zack und zack und zack. Jetzt haben wir alle guten Reifen. Ah, nicht alle guten Reifen. Jetzt haben wir alle guten Reifen wieder am Start. Und rein. Oh, wow. Ist ja wirklich super rutschig. Oh, kürze. Shit. Oh Gott. Und rechts 3 kurz in rechts 3 kurz. Links 4 leicht schneiden in rechts 3 innen halten. Achtung, links 2 abzweig schneiden 150. Rechts 4 kurz in links 5 kurz. Links 5 in rechts 5 verengen über Kuppel 20. links 4 macht zu in rechts 3 kurz. Rechts 3 kurz und rechts 3 kurz leicht schneiden. In links 3. In links 3 kurz 30. Scharf links macht zu. In links voll in rechts 3. In scharf links Baum innen nicht schneiden 50. Links 4 leicht schneiden in rechts 3 macht zu. Und links 4 leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4 macht auf. In links 4 innen halten. Rechts 4. Oh. Zwischen diesen Holzblöcken war eine unsichtbare Wand. Oder ich habe zufällig nicht die Lücke getroffen. Was aber sehr unwahrscheinlich ist. Bei meinem Glück. Und links 3 macht zu. In rechts 4 mittel. Und Achtung, links 3 bremsen in scharf rechts. Und links 3 kurz. In rechts 4 lang macht zu. Oh. In links 2 und rechts 4 kurz. In links 3. Wow. Ja moin. Und hier flanke ich ja komplett ein. Schnell wenden. In rechts 2 mittel. Und links 3 macht zu. Hätte ich nicht gedacht. Was bricht, dass er in rechts 3 macht zu. In rechts 2 in rechts 2. Boah. 25er Schinken. Nicht so gut. Und links 2 macht auf. In links 1 kurz. Rechts 1 macht auf. Mittel. In links 4 und rechts 3 kurz. In links 1 mittel. Rechts 2 mittel. In links 1 kurz. Und rechts 3 macht auf. In rechts 4 über Kuppelberg ab. In rechts 2 lang macht zu. In links 3 macht auf. In links 3 macht zu. Gute Leitplanke. Gute Leitplanke. In rechts 2 innen halten. Und ist nur eine halbe Sekunde. Und danach wird es dann richtig eng. Also danach gibt es eine große Lücke zwischen 8 und 7. Aber danach wird es richtig eng. Naja mal gucken. Was es die Monster Stage bringt. Wir müssen wir erst mal reparieren. Was haben wir denn hier? Bremsen sollten wir. Karosserie. Ja. Müssen schön aussehen. Turbo. Lenkung ist eigentlich wichtig. Getriebe. Getriebe. Motor. Motor. Sonst noch irgendwas? Spoiler. Ja. Eigentlich wichtig. Front eigentlich auch. Okay. Motor. Dann will ich doch nicht mehr ganz so aufpumpen. Oder so lassen. Ja. Lassen wir so. Dann haben wir glaube ich alles. Jetzt haben wir die harten Reifen. Und wir sind ready to go. Weil jetzt kommt die letzte Stage. 14,5 Kilometer. Hier können wir uns entweder zum König machen. Oder komplett auf die Schnauze fliegen. Mal gucken. Solange es nicht regnet, könnte es gut werden. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Es ist einmal um ganz Spanien rum. Einmal wirklich Spanien. Ahoi. Heute besuchen wir wirklich jede Straße. X. Hyundai fährt voran. Unser Motor macht quatschigen Sound. Komplett verrückt. Kannst du dir nicht ausmachen, wie so ein Motor klingt, wenn er kaputt ist? Ja, dann rein. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. 50, links 3, innen halten, rechts 3, macht zu. In links 3, in rechts 4. Und rechts 3, in rechts 4, macht zu. Und rechts 2, in links 3 und rechts 4, innen halten. In links 3, in rechts voll. In rechts 3, in rechts 3, in rechts 3, lang. In links voll, in rechts 3, in rechts 5, in rechts 4, in links voll. In links 3, in rechts 3, links 4 lang, in rechts 5 leicht schneiden und rechts 4, in links 4 macht zu, in rechts 4 und links 5 kurz macht auf und links 4 lang bremsen, in scharf rechts macht auf, Achtung, sehr eng. Und bremsen, links 1, nicht schneiden, in rechts, links 3 und links 1 kurz, in rechts 1, mittel, in links 1 und rechts 4 kurz, in links 3 und rechts voll, links 2 und rechts 2 mittel, in links rechts 3. In links 2 und links 2, in rechts 3, in rechts links 3, innen halten, rechts 3 und links 4 100, scharfe Haarnadel rechts 30, rechts voll, in links 4 kurz, in links 5. Und links 5 macht zu, in rechts 5 und links 6 macht zu, in rechts 5, mittel, in Achtung, links 3, sehr eng, Brücke 50. Rechts 5, rechts 5 leicht schneiden, in links 4 macht auf, in links 4 macht zu, in rechts 5. In links 4 macht zu und rechts 4 macht zu, links 5 lang, in rechts 4 kurz, in links 5 und rechts 5 und links 4 kurz und rechts 4 mittel, macht zu 30. Was, solange das Wetter so bleibt, was soll uns aufhalten, gleicher sind wir noch auf, fuck ein Bär. Links 5 und rechts 5, links 6 macht zu, in rechts 5 kurz, 150. Achtung, Achtung, Verengung, Scharf, Bremsen, in Scharf, links, leicht schneiden, 30. Ah, die haben die Ampelanlage wieder aufgebaut. Achtung, rechts 4, Bremsen, in links 3, innen halten, 30. Rechts 4, innen halten, links 3. Und rechts 5 macht zu, in rechts 4 kurz, links 3, innen halten, rechts 5 kurz, in links voll, innen halten, rechts 5 mittel, macht zu. Yeah! Und links 4 mittel, macht zu, in rechts 3 lang. Ah! In links 4 kurz und links 5 macht zu. In rechts 4. In links 6. Links 5 mittel, macht zu, 3, in rechts 1 mittel, abzweig. Und rechts 4 macht zu, in rechts 4. Cutting! Äh! Links 4 macht zu, in rechts 5 macht zu. In rechts voll, 80. Achtung, Haarnadel links, leicht schneiden, 50. Rechts 4, in links voll, scharf bremsen, in links 4, in scharf rechts, macht auf. Rechts voll, in links voll. Oh mein Gott. Und rechts 6 macht zu, in links 6. In rechts 5 kurz und links 6, innen halten. Achtung, scharf bremsen, Haarnadel rechts, 50. Links 3 kurz, in rechts 3, macht zu. In links 2 und rechts 3, innen halten. In links 2 mittel und rechts 3, macht auf, rechts 3. Oh nein, es trüpfelt, oder? In links 3, macht zu, 80. Yes. Überkuppel links 5. In links 3, macht zu. In rechts 2, innen halten. Links 3, macht zu. Genau wie im Shakedown hier, G geknallt. In rechts 2, in links 3, kurz, in rechts 3. Links 3, lang, macht zu. In rechts 2, kurz, in rechts 2. Tade. Ich dachte, die langen 3 wäre ein bisschen länger, würde später zumachen. In rechts 3, in rechts 3. Aber noch bin ich komplett zufrieden, was hier passiert. In rechts 2, macht zu, in links 3. In rechts 3. Und links 4, kurz, in rechts 3, macht zu. Und links 4, sehr lang. In rechts 4, kurz, Achtung, scharf links, macht zu, in rechts voll. Oh. In links 3, in rechts 3, mittel. In links 3, kurz, in rechts 4, kurz. In links 3, kurz. Und rechts 4, 150. Links 4, in rechts 4. Und rechts 4, macht zu. Und links 5, mittel. Und rechts 4, kurz. Und links 4, macht zu, in rechts 4, leicht schneiden. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, nicht schneiden. Und links 3, kurz, in rechts 4. Achtung, bremsen, abzweig scharf rechts, 100. Oh Gott. Eigentlich gut gedacht, aber zu wutschig umgesetzt. Und links 3, kurz, 50. Rechts 3, leicht schneiden, 30. Über Kuppel, links 6, verengern, Gefahr, macht zu, 50. Über Kuppel, rechts 6, macht zu, in links 4, kurz, 30. Links voll, Achtung, abzweig rechts, 3, leicht schneiden. Und links 4, kurz, in rechts 4, leicht schneiden. Ich war ganz jetzt schon im Gegenlenken, Modus. Ich hab fest damit gerechnet, dass ich hinten rechts, äh, hinten links die, äh, die Heuballen klippe. Yes. Kontakt. Ja, Regen killt mich hier irgendwie. Da machen die Reifen nicht, nicht mehr so mit. Und rechts 3, leicht schneiden. In rechts 3, macht zu. In links 5, und rechts 5, kurz. In links 6, macht zu, 5, 50. Rechts 5, in links 6, kurz, macht auf. In links 3, mittel. In rechts 4, schneiden. In links 3, nicht schneiden. Und rechts 2, macht zu. In links 4, kurz. In links 3, kurz. In rechts 4, scharf schneiden. Und links 4, kurz. Uh, back, back. Ah, fuck. Strecke. In rechts 4, mittel, macht zu, 30. Ja, top 10. Top 10 soll es werden. In rechts 4, kurz. Und links 4, kurz, ins Ziel. Hm. Ah, dieser Regen. Ich habe doch eigentlich geupgradet, dass unsere Reifen im Regen ein bisschen geiler performen. Unsere Slick-Reifen. Oder unsere Trocken-Reifen, dass sie im Regen besser performen. Aber sobald der Regen kommt, ist die Zeit einfach futsch. Overall. Oh, wir sind sogar siebter geworden. Wäre noch die Chance auf den sechsten da gewesen. Ja, vier Sekunden. Naja. 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 Ich meine, siebter ist ja auch schon okay. Die letzte, also ich habe schon längst extra drückt, das Spiel ist nur ein bisschen langsam. Ähm. Man muss auch bedenken, wie viele Rallys wir mit Nothing abgeschlossen haben. Warum sage ich es so elegant? Nothing. Darts-WM. Nun. Ähm. Ist gerade bei Sport 1. 24-7. Immer, überall. Ja. Immer Darts-WM. Gefühlt Darts-WM ist auch die WM, die gefühlt immer ist. Darts-WM hört sich an. Also. Irgendwie fühlt sich Daten an, als irgendwie jeden Monat WM ist. Ich weiß nicht, warum. Oh. Maximum. Nice. Oh, wir haben Ausrufezeichen und neue Ziele. Verdienen Sie 30K in vier Wochen. Okay, cool, 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 cool. Absorbieren Sie mindestens drei Trainingsevents in sechs Wochen. Okay, cool, 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 cool. Alles relativ machbar. 11K ist aber mehr als gedacht. Hätte ich jetzt, also 11, ernsthaft? 11K? Zu bezahlen? Habe ich nicht immer nur so... Wir haben doch dreimal repariert. Einmal waren es nur 100 Tacken. Und wie bin ich denn... Nee, ist doch Quatsch. Ja, genau, einige haben wieder einen maximalen Schöpfungsgrad erreicht. Das ist egal, dann sollen sie mal ein bisschen hier schimmeln. Oh, drei Sterne. Nun. Okay, gut, dann rüsten wir erstmal den Mechanic aus. Yes. Dann den Agenten. Nope. Shit. Das war... Zack. Physio. Yes. Finanz, ja, 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 ja. Ich muss auch gleich noch welche Leute verkaufen. Damit ich Platz für den Drei-Pointer habe. Was ist das überhaupt für einer? Was bist du für einer? Finanzberater. Was kannst du? 116, 117. Finanzberater 116, 117. 88 und 90. 99, 85. Hmm. Dann machen wir den Move. Und schicken den mal weg. Mach dich. Und rein mit dir. Yes. Und direkt rein mit dir. Was ist denn? Achso, nee, ich war gerade gar nicht bei Finanzberater drauf. Hier bist du. So, was haben wir noch? Ingenieur haben wir schon drin? Nee. Das war es schon wieder. Was mache ich mit dem ganzen Rest? Hier fehlen noch ein paar Leute. Egal. Oh, warte mal. Wir hatten jetzt nach der Rallye nicht. Doch, hatten wir? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, mit dem Kreisdiagramm, wie viel Entwicklungspunkte wir kriegen. Nichtsdestotrotz. Auf was sollten wir hier denn gehen? Verschleiß Asphaltreifen. Verstärkte Reifen erhöht die Residenz gegen Reifenpannen. Nee. Reifenpannen hatte ich noch nie. Deshalb sehe ich das auch momentan nicht als Gefahr. So machen wir erst mal Asphaltreifen boosten. Und sonst? Optimiert die Gewichtsverteilung, um die Haftung aller harten Reifen zu verbessern. Hier ist noch irgendwas mit dem Herz. Regenfreund. Sie können Asphaltregenreifen... Oh, das habe ich doch nicht geupgradet. Ja, dann mache ich das jetzt mal. Gott, oh Gott. Ich könnte schon schwören, ich hätte da schon was reingebuttert. Naja, was machen wir denn nächstes Mal? Auf jeden Fall, wir müssen dreimal Training machen. Oh, 2007er. Sebastian Löb. Dann Rallye New Zealand. Ja, können wir machen. Was kann man denn noch machen? Haben wir hier ein Training? Kein Training. Hm. Dann wenigstens Sponsoren-Testlauf. Geil. Jetzt haben wir eine Herausforderung mit hier fahr Training und jetzt unser Spiel sagt, hier hast du kein Training. Sympathisch. Dann würde ich mal sagen, ein bisschen wunderschönen Auto, also die Lackierung, die uns mit, also skilltechnisch am besten liegt, würde ich mal sagen, Leute, wenn euch dieses tolle Ergebnis gefallen hat, also Ergebnis ist eigentlich egal, aber hey Leute, wir hatten zum ersten Mal Punkte. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne Pussywertung da und ich bin nochmal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time. Bye. ührung